Was ist der Produktportfolio für die Analyse-Technik? SMC verfügt über ein sehr umfangreiches Produktportfolio für die Analyse-Technik, insbesondere in den Bereichen Materialanalyse, Biotechnologie und allgemein Laborautomation. SMC kann dieses Produktportfolio sehr erfolgreich anwenden, zum Beispiel im Bereich des Liquid-Handlings. Hier kommen Produkte in den Bereichen Ventiltechnik, Regler, Verbindungstechnik, Sensorik, aber auch Temperiersysteme zum Einsatz. Mit Lösungskonzepten von SMC können vor allem Bauraumanforderungen minimiert werden, Kosten eingespart werden durch weniger Prüfaufwand in den Montagen unserer Kunden und letzten Endes Beschaffungskosten auch gesenkt werden. SMC verfügt über Entwicklungszentren für regionale Marktanforderungen in Japan, China, USA und in Europa. Unsere Kunden schätzen den weltweit regionalen Support vor Ort durch unsere Mitarbeiter.